recht herzlich willkommen zur 52 153 folge von europa universales 4 mit england ja wir haben letztes mal so ein bisschen nach dem rechten gesehen hier müssen wir noch gucken flotte haben wir noch das schiff in auftrag gegeben ich weiß nicht ob es schon fertig ist ich glaube nicht oder naja was steht da nee das ist noch nicht fertig werden hier auf 10 erhöht meine ich hatte das gar nicht gemacht kann er sein oder vertue ich mich jetzt die flotte ist wenn dann ist auch egal wenn die im bau sind und noch zwei dazu sind und verloren england nicht klinge als rivalen an grund und handelskrieg und gegen lübeck wir hatten noch hier geschaut das waren ja achten punkte die da fehlten irgendwie oder so ne und österreich hat aus manisches reich den krieg erklärt ok das ist natürlich super schlecht im endeffekt mal wenn das jetzt kommt dann sind wir richtig schwierig wenn die uns noch ins krieg ziehen da mit den osmanen ist mir noch mal genau überlegen ob wir das machen wollen weil das wäre nicht unbedingt so vorteilhaft so dass passiert und das passiert auch ok weiten wir unser land noch aus ruckelt irgendwie ein bisschen warum so haben wir da schon was mehr 342 und 10 ok kann hier haben wir unseren anführer drinnen nein genau zu überlegen was wir da jetzt machen die blockieren die französischen häfen das aragon naja naja kein provins aufgeben machen wir noch nicht wir müssen erst gucken was da noch so passiert hier unten ist versetzt durch aragon passiert schon einiges jetzt in frankreich na aber naja wir müssen gucken dass wir unser ding erstmal machen zur zeit ist frieden wir versuchen uns zu verbessern in richtung das ist auch schon in richtung hier naja das dauert noch eine weile naja jetzt hier und jetzt hier kann man hier müssen wir drauf 655 siedler und wir haben noch ein paar abzuwarten 293 ok von 1000 benötigen wir da gut schiff im bau darum sehen wir sagen okay das sind mehr als wir haben wollten jetzt doch im bau aber ist jetzt nicht schlimm allerdings müssen wir gucken dass wir hier unseren kredit langsam dann noch wegkriegen das hat mir auch gesagt da müssen wir uns noch dran halten und dann schauen wir weiter ja was machen wir guckt da kam schon eine flotte jetzt hinzu 3442 das neuner ok da haben wir die letzten glaube auch noch konvertiert das waren die glaubensgeschichten und die sind wir durch naja genau so ist es das ist super das war hier noch was soll ja das ist ausgeglichen interaktion die ersten drei können wir machen diplomatische beitrag erbitten das wären 104 wäre natürlich nicht schlecht 10 loyalität verlieren wir dann das war einfluss das war land und das ist loyalität wäre jetzt aber auch nicht schlimm ne ok was war bei denen das triebhilfe da geben wir den geld das wollen wir nicht was sollten wir da woher tild kriegen ok das ist auch nix ok was haben wir hier der händler will ihm ok das ist nicht gut aber ist halt so england erhält mission in der neuen welt ja das wäre vielleicht gar nicht so schlecht na aufstände eingeboren ne aufstände dieses war das ok ne ich glaube wenn dann will ich jetzt hier die kohle mitnehmen und dann wird nämlich ganz schnell hier die 200 kriegen machen wir mal ne 221 zähne weniger konnten wir ja auch vertragen 577 das läuft dann auch noch und der kredit muss wie viel kosten 254 gut gucken dass wir das zusammen kriegen flotte haben wir jetzt 342 und zwölf ok das großschiff dauert natürlich länger ist aber auch bald fertig diplomatische beleidigung hält einen diplomatischen beleidigung kriegsrund gegen norwegen entspannungsversuch anstreben die frage im prinzip für die paar ländereien die die noch haben da können wir auch den beleidigung kriegsrund annehmen das machen wir so warum wollen wir uns mit denen das wäre jetzt nicht schön 140 wären es gewesen auch nichts tolles das können wir noch einen krieg antragen oder oder provence wilmen und utrecht wenn wir denen den krieg erklären sind sie alle bei wir haben nicht jemanden hinter uns ok dann machen wir das jetzt erstmal gerade nicht das ist auch klar ne brauchen wir Pause rausnehmen damit es weiter geht was haben wir jetzt hier 750 und hier haben wir uns vorhin 300 und jetzt sind es 390 gut jetzt müssen wir mal gerade gucken wir haben noch ein paar schiffchen mehr dazu gekriegt ist das großschiff schon fertig nein noch 20 tage schiffspion ist gestorben gucken wir mal gerade rein ne nicht krieg erklären ah das ist schon besser geworden oder 6 negativ armeestärke ist schlecht flottenstärke 12 also die armee müssten wir jetzt noch ein bisschen aufrüsten aber wir wollen erst den kredit abbauen den dauert nicht mehr lange 10 punkte noch dann ist er durch freien beraterplatz und da können wir noch was machen weltreich das bringt uns jetzt nicht wirklich viel ne aber das bringt uns auch nichts ne also lassen wir das andere reingucken ne dann machen wir hier weiter berufsoffiziere machen wir dann weil das bringt uns ein bisschen mehr gleich ne glaube ich jedenfalls die flotte müssen wir nicht vergrößern die ist jetzt groß genug jetzt haben wir das auch noch geschafft das schiff ist fertig geworden ich weiß jetzt gar nicht ob das eben schon dabei war oder nicht könnte sein dass es keinen unterschieden macht ok in pantry kosten minus 10 gut dass wir gerade noch ein bisschen gewartet haben jetzt gehen sie ja stand modifikate ist abgelaufen ok da kriegen wir du karten ich würde jetzt das obere nehmen weil wir da die kohle kriegen ne bürger die hammer egal 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 geld ist jetzt das entscheidende zack gerade hier rein 272 zurückzahlen ok schuldenfrei 70 0,7 noch dazu wunderbar das war doch gut oder das kann man nicht machen so da kann man nämlich noch drüber nachdenken auch so dass wir das nee das wollte man nicht weil wir warten bis das fertig ist das wichtiger so hier noch ein paar truppen ausheben aber da können wir gerade in den dingen weiter laufen lassen warte mal machen wir anders machen wir hier kanonen ok ok pferde und dann hätten wir noch ein paar reiter gehabt geht sogar noch einer warten wir gerade bis wir noch im zweiten marken okay total viele unruhen machen wir nicht lieber realitätszuwachs dann so das haben wir auch gemacht jetzt müssen wir irgendwo die herrschaften hier besänftigen geht das hier nein da ist schon hier geht was aber die bürger nicht da auch nicht da ist schon was da geht nichts da geht was und die bürger wollen noch mehr hier ist nichts gebaut das ist ganz schlecht da muss man auch noch daran arbeiten geht hier bürger da gehen sie noch mal so soll auch erst reichen denke ich oh nein ok ok jetzt kommen wir gerade da rein weil wir ja noch ein paar truppen gebastelt haben dann ist das jetzt 54 wir haben aber einen da ne so die zimmer zusammen das ist jetzt eine einheit das 39 da kommen dann geht es noch eine 40 truppen hier können wir noch ein schiff bauen auf jeden fall hier kommen wir da auch noch eine von können die technologie machen und jetzt könnte das dann vielleicht auch reichen weil wir dann doch einen großen sprung machen nicht mehr als rivalen an das ist klar und hier müsste es jetzt eigentlich schon fast gehen oder war 52 norwegen ist nicht mehr länger ok können sie mal probieren das haben wir gewonnen so weiter gucken ach so jetzt kommen wir ja truppen verstärken beziehungsweise verbessern das ist die kelle woher die haben wir schon da hier ist dann der richtige da sind wir immer noch voll schlecht unterwegs dann können sie ja nur die geschütze sein oder was jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet großer morgenser guss mörder das ist der naturwissenschaftler gestorben katz hemmel südafrika ok welche sind denn jetzt hier unsere leute die war chivalry amt lindlich ritter gelliver infanterie ach so da ist dann jetzt ach so da steht noch was vor alles klar landknechtsinfanterie und was haben wir hier jetzt nahkampf und moral defensiv moral tja gute frage was wir da machen das ist der nahkampf also moral technisch würde ich ja gerne in die defensive gehen ne weil wir ja sowieso immer so schlecht dastehen ne auf der anderen seite das kann nur das richtige sein ok mekantelismus weg hat england ist immer wieder interessant oder polen ok influenza ja zack die wollen da immer noch was haben sieht so aus aber das machen wir jetzt gerade nicht oder wie sieht es jetzt hier aus seitdem wir die infanterie geändert haben es geht jetzt lasst uns das schnell machen toll jetzt kommt noch die anfrage der ehe staatsehe wunderbar akzeptieren mal so und deine feinde sind auch meine feinde oder wie war das ja das ist klar so die werden uns dann auch mal binde mit england polen und pommern polen das ist polen die sind auch nicht gerade klein ne oh nein ohja die polen sind das pommern ist das ist natürlich nichts aber deren überlebenschance ne so wie sieht denn hier aus ok das sind noch sechs prozent und da sind wir bei 550 200 liter michigan wo ist der michigan warte mal wie war das 50 bevölkerung eben die 200 siedler weil ich werde hier definitiv gleich fertig sein und dann möchte ich da lieber schneller fertig sein vorankommen die marschieren schon mal dahin und ich glaube das erledigt sich gleich so ne 152 die brauchen auf jeden fall unterstützung da ne gegen die indianer ja das spielt keine rolle wo aber das ist schon mal ein schritt voran gewesen jetzt ne gut jetzt müssen wir nur gleich aufpassen dass die hier nochmal achso das war immer noch das wie das ist immer noch hoch aber das hier das geht leicht ne und dann können wir eine neue machen schauen wir mal schauen wir mal ja das wird schon werden armee organisator ist gestorben das war aber nicht hier unser hier die kümmer zusammenführen der war das nicht nein so ja und hier müssen wir jetzt mal gucken das war da wenn wir das geld kriegen wir sagen wir jetzt natürlich eine kolonie mehr deswegen geht das geld grad hier flöten aber das ist nicht stimmen das bisschen das ist gleich erledigt krieg erklärt und bis aufgestorben okay jetzt gehen wir gerade darüber weil das wird jetzt hier gleich fertig sein 971 ok das sind nur vier stück jeweils wir sind das 230 ich würde jetzt fast sagen den abziehen weil ich glaube das klappt dann auch alleine oder 978 den buchten wir ab und senden den dahin und ich glaube das geht jetzt auch von alleine fertig 978 ja geht 82 sind nur noch 18 18 manneken die da fehlen das sollte dann funktionieren das sollte dann funktionieren so nach der wahl wollte ich gucken da fehlt uns doch nur einer oder nicht ne ok wer ist die stärkste Fraktion im der Kanal ne wir haben doch noch alle passend ok da gibt es eine Debatte im Parlament Technologie Technologie minus 5 mhm Armee vergrößern Kostenberater minus 10 Prozent Kultureränderungen brauchen wir nicht ja da ist jetzt nicht wirklich was drinnen ne ich glaube wir nehmen das damit wir dann Berater einstellen können 37 Prozent 37 Prozent da geht es immer um Legitimität komm das geht was haben wir hier noch Habseinfluss kann auch fliegen noch mal Korruption Oh Legitimität verlieren wir ok da können wir mit leben 75 Prozent noch mal Korruption oder nehmen wir das ok das ist 93 Prozent das lassen wir so laufen Kolonie selbst erhalten das wollten wir doch hören da geht es jetzt auch weiter dann gut so jetzt müssen wir das noch mal hier machen zur Kernprovinz und dann Oh in Österreich ist wieder ein Kaiser geworden das ist gut so und jetzt läuft es hier ne die sind wieder da drinnen genau das ist auch gut Nascarpi wo ist Nascarpi da oben ok da hätte man das aber das kann man dann als nächstes machen wir sind aber auf einem guten Weg denke ich ne können in eine Technologie investieren und zack das machen wir auch so ok und dann können wir hier ne neue Dingens machen ja aber das machen wir in der nächsten Folge denke ich mal ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss